Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk of the Week. Der Talk of the Week beschäftigt sich mit ganz besonderen Menschen, die bis jetzt etwas von sich aus erreicht haben oder gerade dabei sind, etwas zu erreichen. Mein heutiger Talkgast, den kennt man. Er ist sehr bekannt, auch über Instagram, auch in der Fitnessbranche. Und ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen und möchte dich einfach ganz herzlich zum Talk begrüßen, lieber Flavio. Servus. Hi. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit dafür gefunden hast und jetzt zur Talk of the Week-Familie gehörst. Und wir wollen heute mal ein bisschen schauen, wie du zu der Person geworden bist, die du jetzt bist. Was du im Leben alles erreicht hast, welche Meilensteine du hattest und genau. Am besten fangen wir aber damit an, wie war der Flavio, als er klein war. Erzähl uns mal ein bisschen was von dir, vielleicht auch woher du kommst, was du genau machst und ja, let's go. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Vergangenheit fällt mir immer ein bisschen schwer. Ich habe da nicht so, so viele Erinnerungen. Ja. Mutter ist Künstlerin, Vater ist Gastronom, Kellner gewesen. Und ja, Fußball gespielt, viel in meiner Jugend. Und ja, meine Mutter hat mich so ein bisschen in die Flohmärkte mit eingeführt und da habe ich, glaube ich, so wahrscheinlich direkt oder indirekt auch durch ihre Arbeit, also Künstlerin, das heißt sie malt Bilder, auch so ein bisschen die Freiheit wahrscheinlich indirekt verspürt, dass man auch selber der Gestalter seines Lebens sein kann. Und ja, ich habe ganz, ganz langweilig Hauptschule gemacht, war da eigentlich ganz okay und mich wollte aber irgendwie keiner haben und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss da noch mehr machen. Wirtschaftsschule gemacht, wollte mich auch keiner haben und dann war man irgendwann so ein bisschen frustriert. Ich bin da mit vier, fünfen in die Prüfung rein, mit einer raus und es war unbefriedigend. Dann habe ich so ein Backend gehabt, ich habe gesagt, back up, wenn gar nichts geht, dann werde ich bestimmt bei Aldi genommen und Aldi wollte mich aber auch nicht haben. Und dann habe ich so, ja, alles Mögliche ausprobiert. Ich habe Messebau, Fensterbau, ich habe in der Fabrik gearbeitet, Pizza ausgefahren, Laborfahrten gemacht, habe dann eine Ausbildung als Biologielaborant gefunden. Ich hatte zwar keine Ahnung von der Materie, aber meine Mutter hat mir diesen Job besorgt und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich mal irgendwas, habe eine Ausbildung, ist ja auch nicht schlecht. Und bin da raus und habe parallel aber ganz viel ausprobiert. Also ich habe so mit 17, würde ich sagen, bis 24 alles ausprobiert, was schnell und hektisch Erfolg verspricht. Ich weiß nicht, ob das einer von deinen Hörern kennt. Ich glaube, einige, einige. Ich glaube, es ist heutzutage immer noch sehr populär, so viele, viele Möglichkeiten gehört. Dann habe ich Sportwetten gemacht, Spoletten spielt mit System und MLM in verschiedenen Varianten als Network Marketing. Dann habe ich einen eigenen Online-Shop gehabt, aber ich weiß nicht, ob das jemand kennt von deinen Hörern, aber ich könnte mir gut vorstellen, so du machst ganz viel und opferst die Freizeiten, liest Bücher und irgendwie passiert gar nichts. Ja, also es ist wirklich so. Willkommen im Club, kenne ich persönlich in meiner Vergangenheit. Ja, genau. Also wirklich so sieben Jahre Vollgas gegeben. Nach der Ausbildung als Biologie-Laborant war das dann so, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich mein Ding machen. Ich bin zur Stadt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet, habe aber keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll. Und dann kam ich über Jobs, erster Job, das war das, wie sagt man so, Konzertbau, genau, Konzertbau. Und da musste man dann so 30 Kilo Matten im Olympiastadion von München da hinlegen. Also hast am nächsten Tag Rückenschmerzen gehabt und das waren Leute, das war ein Milieu, das kennt man normalerweise nicht. Also es waren alles Alkoholika, ich war der Einzige, der nicht im Knast war. Es war ein interessantes Milieu. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, auf dem Weg dahin, das war 2008, habe meine Freundin Schluss gemacht. Dann war ich ein bisschen überrascht, die Arbeit als Messebauer, die ich dann anschließend gemacht habe, war der auch so kurz vor der Insolvenz. Und da stand ich dann da mit den letzten paar Euro und hatte irgendwie so unter der Woche Langweile. Und das war so mein Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, du hast das Gefühl, da sitzt ein Engelchen und Teufelchen auf der einen Seite. Ich war zu Hause in Würzburg, das ist keine Metropole, wo unter der Woche was geht. Und ich sagte, was mache ich denn jetzt? Ach komm, ich muss abends raus, ich muss was erleben. Da bin ich mit dem Auto losgefahren und nach wenigen Kilometern, abends um elf, halb zwölf, Ampel, kommt neben mir so zwei Jungs mit so einem Siebener-BMW und intuitiv wie in so einem Actionfilm schaue ich rüber, die Ampel ist rote, mitten in der Stadtbretter, wieder los. Und ich war innerhalb von wenigen Kilometern, war 160, also es war wenigen hundert Metern. Ja. Ja, und dann schaue ich so auf den Tacho und weiß, da vorne kommt ein Kreisverkehr, nennt man Eieiei. Und dann kam so die erste leichte Kurve zum Kreisverkehr hin. Und ich hatte so ein Audi und da ist mir beim Fronttrieb leise Heck ausgebrochen. Und dann, so schnell kannst du gar nicht schauen, zack, frontal mit 65 gegen Baum. Und das war so mein Nullpunkt. Letzten 500 Euro für den ADAC gelassen. Und dann stehst du da und denkst so, okay, alles klar. Ich bin aus dem Auto raus, hatte außer hier so eine gelbe Spur vom Gurt eigentlich gar nichts. Airbag kam raus. Und da sind auch Freunde vorbeigefahren abends noch. Die haben das Auto gesehen, nur mal ein Schilljagd, nicht wer tot. Also das Auto war komplett hinüber. Wow. Ja, das war so mein Nullpunkt. Ich bin dann nach Hause und bin da irgendwie so zusammengebrochen. Ich habe da realisiert, dass das wirklich so sehr, sehr nah am Endpunkt war. Ich glaube, wäre ich da seitlich aufgekommen, wäre es vorbei gewesen. Und ja, ich habe dann, ich bin christlich erzogen worden, habe dann irgendwie gesagt, so, okay, alles klar, ich habe das alles, ich habe schon ganz viel in meinem Leben ausprobiert. Ich habe versucht, so mein eigenes Ding zu machen und habe dann gesagt, so, ich glaube, dass es Gott gibt. Hier, mach du das Ding. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier läuft, wie man das ausprobiert. Also war das dann dein Mentor? Ja, im letzten 500 Euro mein ADAC bezahlt, äh, im Feuerwehr bezahlt, weil ich keine ADAC hatte. Und da war ich blank. Und dann stehst du da, so, keine Ahnung. Ich habe alles ausprobiert, hat nichts funktioniert, mach du einfach. Und dann hat sich das innerhalb von, muss ich sagen, relativ kurzer Zeit gefügt. Also einmal, einmal privat. Hat mich ein Freund, der ist jetzt bekannt, der breiteste Pastor Deutschlands, kann man gerne mal auf Instagram eingeben. Der macht jetzt ein soziales Fitnessstudio in Wuppertal. Super interessant. Und der hat mich damals gefragt, 2008, ey, Flavio, hast du Bock, auf so eine Freizeit zu kommen? Und ich habe gesagt, ich kann es mir nicht leisten, aber ja, probiere mal aus. Und er hat sich gemeint, wenn du Hilfe zahlst, kannst du hier in der Küche helfen. Und da habe ich meine Frau auch kennengelernt, ja. Viele, viele Freundinnen, Frauen vorher gehabt. Wenige Wochen, Monate später meine Frau kennengelernt, ja. Das sind jetzt seit über zehn Jahren zusammen. Kinder und so weiter. Dann hat sich auch innerhalb von Wochen gefügt mit dem Thema. Ich dachte, was kann ich denn überhaupt? Ja, ich habe alles probiert, aber irgendwann habe ich das Gefühl, ich kann nichts, ich bin nichts. Und dann kam so dieser Impuls, mach doch was über Fitness. Mach schon seitdem du 13 bist Fitness. Damals war ich so verliebt, dachte mir, ich traue mich, die nicht anzusprechen. Nämlich ein paar Handeln trainier und es wird schon, vielleicht spricht die mich an. So eine jugendliche Illusion. Und ja, habe dann schon relativ lang trainiert. Ich glaube, elf Jahre waren es dann schon, zehn, elf Jahre. Und ich war am Anfang so ein richtiger Hautständer, würde ich jetzt sagen. Konnte irgendwann nach Jahren aufbauen, dachte mir, diese Geschichte, die muss ich nach außen tragen, weil es bestimmt viele gibt, die sich unwohl fühlen. Ja, gibt es. Und genau, habe dann den Leuten erklärt, wie einfach es ist, zuzunehmen, Muskeln aufzubauen und so weiter. Und das war dann auch so, zack, das war das, was ich konnte, was ich wusste. Und innerhalb von kurzer Zeit konnte ich damit Geld verdienen. Dann kam natürlich nochmal so 2009, nochmal so ein kurzer Downer, wo Google gesagt hat, hey, wir wollen diese Seite nicht haben. Wir wollen niemanden, der einfach spricht, dass man Muskeln aufbauen kann. Und dann kam ein Kollege, das war damals so mein erster Mentor, hat gesagt, hey Flavio, es gibt da was, das heißt YouTube, probier das doch mal aus. Und dann durfte ich 2009 im September so der erste Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum sein, habe jetzt zehnjähriges Jubiläum gefeiert und durfte da wirklich Millionen von Menschen mittlerweile irgendwie bei der Körpertransformation helfen. Und ja, das macht dann irgendwie dankbar. Ich habe gemerkt, wenn du alles gibst, Menschenmögliche, kann funktionieren. Bei mir hat es in die Sackgasse geführt. Und als ich gesagt habe, ich kann eigentlich, ich weiß nicht, was ich kann, war das irgendwie wie so ein, wie etwas, was mich von hinten so in die richtige Richtung bewegt hat. Und ich wurde letztens gefragt, so auf was bist du stolz, habe ich gesagt, also ganz ehrlich, die meisten Sachen in meinem Leben passiert sind, konnte ich nur passiv was für. Also ich glaube, ich kann eigentlich gar nicht, für gar nichts aktiv stolz sein, weil ich einfach glaube, dass das meiste zum richtigen Zeitpunkt dann passiert ist. Und ja, es macht Spaß, das zu machen, wofür man brennt. Und das habe ich jetzt hier auch in dem Buch All In geschrieben. So, das ist meine Story, wo ich Leute einen anderen Blickwinkel geben will zu diesem Thema, wie werde ich erfolgreich. Oft, ich habe, das habe ich nicht dazu gesagt, mit 17 angefangen, Bücher zu lesen, Erfolgsseminare. Ich habe hier überall auch mega viele Bücher zu Hause, regaleweise. Erfolgsseminare besucht. Das Ganze, was jetzt nochmal so aufquirlt, das habe ich schon vor 17, 18 Jahren gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, das ist cool, aber es braucht es nicht unbedingt. Ja, ich gucke mir immer noch gerne Seminare an, besuche Leute, lese coole Bücher. Aber so dieser Turbo, der kommt aus einer anderen Richtung. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich dieses Buch schreiben, weil ich glaube, dass oftmals diese Erfolgsseminare und dieser Glaube, ich kann alles erreichen, eigentlich dazu führt, dass man sich selber unter Druck setzt. Ja, und es wird dieser Gedanke verkauft, ich kann alles und ich bin alles. Und das Interessante ist, wer so mal die Bibel gelesen hat, im Garten Eden hat die Schlange, Adam und Eva, gesagt, hey, wenn du diesen Apfel isst, dann kannst du alles erreichen. Und die wollten sich im Endeffekt auf die Höhe mit Gott stellen. Und das, finde ich, passiert heutzutage immer noch, dass wir denken, wir haben alles in der Hand. Ja, aber was haben wir denn eigentlich schon in der Hand? Du weißt nicht, ob die Decke bei dir jetzt über dir einstürzt, ob der Architekt gute Arbeit gemacht hat, ja. Ob ein Blitz einschlägt, ob das Essen, was du isst, vergiftet ist, das wissen wir alles nicht. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir eigentlich fast gar nichts in der Hand, ja. So, wenn du auf die Straße läufst, ob das Auto dich jetzt da überfährt oder dich sieht, weißt du nicht. Stimmt. Und ich gebe da so ein bisschen eine andere Perspektive. Ich sage, hey, es ist häufig so, dass jeder in seinem Leben irgendwas zu seinem Gott macht, ja. Geld, Erfolg, manche sind ethisch korrekt, die sagen, Mensch, die Bildung ist mir wichtig, Familie, Kinder, Frau. Aber am Schluss setzen wir etwas extrem hoch. Und ich sage, das ist einer der Gründe, warum wir dann unglücklich werden, weil wir darin unseren Gott aufbauen. Und das ist so der Grund. Das ist sehr interessant. Eine interessante These. Diese, den ich sozusagen sehe, der das Leben wieder lebenswert und glücklich macht. Ja, und das ist das, wofür ich brenne, wo ich sage, ich glaube, wenn, also das ist meine Vision, kann ich mal ganz kurz sagen, ist, Menschenidentität zu sprechen. Die wenigsten Menschen wissen, wer sie sind, was sie können. Ja. Und ich glaube, ich, wenn die meisten Leute bis ins hohe Alter Sport machen, sich fit fühlen, leistungsfähig sind, ich finde es total schade, wenn Leute mit 80 oder 90 Jahren dahin vegetieren. Ja, die haben ja die maximale Lebenserfahrung. Manche auch schon mit 60. Ja. Manche auch mit 60. Ja, oder mit 50. Ja. Du hast ja in diesem Alter die maximale Lebenserfahrung, ja. Und dann können sie diese nicht an die nächste Generation weitergeben. Und dann passiert eine Abflachung. Ja, die Generation vorher muss alles mal neu lernen, weil die Generation, die alt ist, das nicht gut genug weitergeben konnte. Deswegen ist es wichtig, dass Leute fit bleiben, ja. Und körperlich fit im Alter ist extrem wichtig. Osteoporose, bla, bla, bla. Wenn einer so mit dem Kopf nach unten durch die Gegend läuft, ja, du hast irgendwann keine Power mehr, fühlt sich schlackmüde. Deswegen, sage ich, ist es wichtig, dass Leute bis ins hohe Alter fit sind. Das heißt, wenn einer weiß, wer er ist und wenn er körperlich fit ist, ja, dann wird er in seinem Umfeld einen Unterschied machen, der Generation von Menschen verändern kann. Und das ist meine Vision. Ich sage, da will ich mit Teilhaben den Menschen zusprechen, dass sie ganz viel bewegen können. Und für mich ist Fitness Mittel zum Zweck. Ja, ich sage, seitdem ich trainiere, gut am Anfang war natürlich das Thema Mädels extrem wichtig. Aber seitdem ich trainiere, merke ich, das ist viel wichtiger als nur die Optik. Weil damit kann ich Power geben. Damit kann ich richtig auf die Überholspuren sagen, ich kann die beste Version sein. Wenn ich nicht trainiere, ich habe jetzt dieses und letztes Jahr im Italienurlaub, glaube ich, vier, fünf Wochen Pause gemacht, dann merke ich so, mein Leistungsniveau fällt runter, Rücken tut plötzlich weh. Ich kann nicht mein Bestes geben. Vor allen Dingen, wie schnell das auch geht. Mega, mega. Und ich sage, wenn ich mein bestes Leben leben will, das ist meine These mit dem Buch, sage ich, dann ist es wichtig, dass wir uns einfach fit halten. Ob jetzt einer sagt, ich will lieber Fußball spielen oder joggen gehen oder Krafttraining, ey, mach was, bleib fit. Du hast ein Leben und das müssen wir bestmöglich leben. Nicht für uns, sondern für die anderen. Wenn man das verstanden hat, glaube ich, das ist ja das, was man bei diesen ganzen Mandela und Martin Luther King und so weiter und Gandhi sieht, die ihr Leben dann geopfert haben für andere. Das ist ja für uns immer so attraktiv. Wir sagen, Mensch, da wäre ich auch gern. Und das können wir heute schon sein, in jedem Moment. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, der braucht Hilfe, kann ich dem helfen oder kann aktiv was dafür tun. Meine Zeit, mein Geld investieren. Energie, genau. Energie, genau. Und das ist, ich glaube, wenn man verstanden hat, dass wir nicht leben, um selber glücklich zu machen, sondern um andere Menschen glücklich zu machen, dann findet man das, was hier vibriert. Mega krasse Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte einmal eingreifen, aber ich dachte, ich lasse dich aussprechen, weil es für mich auch sehr faszinierend war, die Geschichte. Punkt Nummer eins, wo du gesagt hast, du weißt nicht, auf was du stolz sein kannst, weil ja alles irgendwie gekommen ist von irgendetwas, was du nicht selber gesteuert hast. Ich habe in der Geschichte sofort etwas gefunden, wo du mächtig drauf stolz sein kannst. Und zwar darauf, dass du immer weitergemacht hast. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert bei dir, weil ich kenne einfach viele Leute, die einfach bei der ersten kleinen Sache, wo sie stolpern, wo es schwierig wird, wo sie in ein Gebiet kommen, was sie nicht kennen, sofort aufhören und sagen, nee, das kann ich nicht, der andere hat es auch nicht geschafft, wie soll ich das denn schaffen? Das wird so schwierig, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und das ist mir bei dir sofort aufgefallen, die ganzen Sachen, die du erlebt hast. Du musst dir das einfach so vorstellen, manche finden einen Job nicht und sind dann gleich verzweifelt ohne Ende. So, liebe Zuschauer, nehmt euch ein Beispiel an Flavio. Der hat immer weitergemacht. Du hast so viele Stationen erlebt, Erfahrungen gesammelt. Finde ich sehr bemerkenswert. Deswegen, das ist schon mal ein absoluter Win für diesen Talk hier. Leute, macht einfach weiter. Hört nicht auf, wenn es ein bisschen schwierig wird. Ich sage immer, wenn es sich nicht richtig anfühlt, ist es einfach nur nicht zu Ende. Mach einfach weiter. Ja, ich muss sagen, ich hatte das letztens, ich hatte es, also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich eine Story, die untermauert, wie krass unser Einfluss eigentlich ist. Und das habe ich gesagt, ich muss es bei Gedankentanken machen, nicht weil ich jetzt Bock habe, sondern weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute erkennen, wie viel Einfluss jeder hat, egal wie klein er ist. Und dann habe ich das sozusagen bei Gedankentanken gepitcht und habe mir einen Rhetorik-Trainer geholt, weil ich gesagt habe, die Message ist wichtig, da muss ich einfach Gas geben. Und dann hat er gesagt, ey Flavio, du hast 18 Minuten Zeit, du musst liefern, das Ding wird auswendig gelernt. Und ich würde sagen, es ist einer meiner größten Schwächen, ist dieses Auswendiglernen. Ich kann das auch überhaupt nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich versuche, das war für mich richtig Stress, ich musste jeden Tag, also ich schätze, dieser Vortrag, der 18 Minuten hat, habe ich wahrscheinlich 100 Stunden gelernt. Und mein Rhetorik-Trainer hat gesagt, ey Flavio, ich mache das Ding zwei, drei Mal, das ist in meinem Kopf drin, sage ich ja, in meinem nicht. Und es war so anstrengend, da abzuliefern. Aber ich habe gesagt, es ist wichtig, auch, dass ich in Situationen reingehe, die keinen Spaß machen, dieses Lernen, etwas zu machen, das größer ist als das, was ich manchmal bin. Ich glaube, die Message ist größer als der Flavio, der durch sein Ego vielleicht irgendwelche Props kriegt, sondern die muss raus, deswegen muss ich lernen. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass es nicht um unsere Bequemlichkeit geht, und das, auf was habe ich gerade Lust und wo fühle ich mich gut, sondern manchmal muss man einfach liefern. Und das ist beim Training genauso. Die Leute fragen mich dann, wie kann es sein, dass du 21, 22 Jahre trainierst? Da sage ich ja, ich gehe auch zum Training, wenn ich keine Lust habe. Das ist das ganze Geheimnis. Meine Gefühle spiegeln auch nicht immer das wider, was richtig und falsch ist, sondern ich weiß, ich muss diesen blöden Text jetzt auswendig lernen, dass ich dann am Ende Einfluss nehmen kann auf Menschen. Und dann ist es wurscht, ob ich gerade Lust habe oder nicht. Das habe ich im Urlaub, dann jeden Tag, dann eine Stunde am Strand, bei der Hitze hoch und runter. Also ist egal, du lieferst jetzt ab, du willst gute Arbeit abliefern. Und das ist, wenn es um das Thema Erfolg geht, einer der wichtigsten Punkte, dass man anfängt, exzellente Arbeit zu liefern. Die Leute wollen ja immer dieses, ach, ich wäre gern erfolgreich, aber wer hat denn schon Lust, wenn andere Leute Party machen oder wenn ich jetzt meine Füße hochlegen könnte, eine Serie schaue, sich richtig reinzuarbeiten und zu lernen. Das macht nicht immer Spaß. Aber das macht den Unterschied. Ronaldo, ja, Ronaldo, einer der besten Spieler der Welt, vier Stunden trainiert er anscheinend mehr als die anderen Kollegen. Hat er dazu Lust? Weiß ich nicht, ich glaube nicht immer. Ich glaube nicht, aber er macht es. Er will abliefern. Ja, und er will abliefern. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir abliefern. Exzellenz. Und vor allen Dingen, wir müssen, wie du es genau richtig beschrieben hast, in die schwierige Situation einfach mal rein. Ich habe zum Beispiel morgens einen Smoothie, den ich trinke. Und ich sage dir eins, jeden Morgen, wenn ich diesen Smoothie allein schon mache, könnte ich mich schon übergeben. Wo ich sage, warum mache ich den Mist? Ich hätte so locker einen Vanilla-Shake trinken können oder was auch immer. Ich trinke diesen Smoothie. Aber ich mache es. Egal, wie es mir dann geht. Und ich glaube einfach, ich mache ja auch viel im mentalen Bereich, ich glaube einfach, das ist auch echt viel Kopfsache. Weil wir leben in einer Gesellschaft, das sage ich auch immer, wir leben in einer Gesellschaft. Wenn du eine Frage hast, du gibst das in Google ein und kriegst so die Antwort. Das heißt, wir werden darauf gepolt, einfach schnell zu handeln, schnell eine Antwort zu finden und was noch schlimmer ist, die erstbeste Antwort einfach zu nehmen. Ich kenne wenige Menschen, die eine Antwort googeln und sagen, okay, ist das denn wirklich jetzt die Antwort, die ich haben würde? Ich gucke mal weiter, ob es vielleicht noch was anderes gibt. Man nimmt das Erstbeste, man nimmt das Schnellste und so dementsprechend werden wir gepolt. Und deswegen ist es dann halt auch schwierig, mal wenn es draußen regnet, vielleicht eine Runde Joggen zu gehen. Ja, mache ich morgen, morgens ist wieder Sonnenschein laut App. Da geht es doch gar nicht darum. Geht es dir darum, in der Sonne zu laufen oder geht es dir darum, gesund zu werden? Das ist es. Ich hatte das vorher mit dem Kollegen, der jetzt auch einen Wandel gemacht, Firma verkauft, macht sich jetzt einen ganz neuen Weg. Und dann habe ich gesagt, das finde ich total krass. Du hast jetzt mehrere Kinder, hast jetzt ein Haus gebaut, jetzt machst du komplett neu. Und dann kam ich irgendwie so drauf, denke mir, das ist eigentlich krass. Wir haben ja eigentlich immer Schiss, was wäre, wenn ich irgendwas mache? Was passiert denn in dieser Worst Case? Und dann habe ich einen Satz, der kam irgendwie raus, den muss ich mir echt merken. Unser Worst Case ist das, was Milliarden von Menschen jeden Tag als Alltag haben. Und nicht mal da kommen wir hin. Ich bin ja so ein, ich komme aus Würzburg, das ist eine kleine Stadt, ich war jetzt am Wochenende in Düsseldorf. Du, ich kenne Würzburg. Würzburger Kickers. Und ich denke mir so, boah krass, ey, wie gut geht es mir, dass ich nicht auf der Straße schlafen muss. Und die haben niemanden, die haben keinen einzigen Freund. Also selbst unser Worst Case, egal was wir uns ausmalen, glaube ich, dass wir in den meisten Fällen vielleicht noch Freunde haben, ein Backup, wie auch immer, wir können duschen, wir haben irgendwas über den Kopf, das ist unser Worst Case. Und selbst wenn wir einen Kühlschrank haben, sind wir reicher als 80% der Menschen auf der Welt. Und das ist das Problem, wir verkopfen uns so sehr in Ängste, die eigentlich surreal sind. Ja. Da müssen wir anfangen, uns diese surrealen Ängste mal vor Augen zu führen, sagen, macht das überhaupt Sinn, was ich mir da zurechtspinne? Was ist denn mein Worst Case? Und das meine ich folgt immer daraus, dass sich die Menschen an ihre Realität, was sie meinen, es ist die Realität, einfach an Leute klammern, die es selber nicht wissen und einfach alles so annehmen. Nur weil, ich habe immer ein ganz geiles Beispiel, das sage ich immer an meinen Coachings. Unsere Welt funktioniert zum größten Teil meistens so. Stell dir vor, du siehst ja jetzt hier hinten mein Wohnzimmer. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest bei mir im Wohnzimmer den Talk machen, du kommst rein und setzt dich dann hin und dann kommt, was weiß ich, meine Frau einfach und sagt, oh, schön Flavio, dass du da bist, herzlich willkommen. Wie findest du unsere grünen Wände? Dann würdest du sagen, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Wieso sagt sie grüne Wände? Wir haben hier braune oder auf der Seite goldene, aber grün, nee. So, jetzt würde, stell dir mal vor, ein Kollege noch kommen, der dich gerne kennenlernen will und kommt rein und sagt in derselben Minute, ey Flavio, wow, schön dich kennenzulernen. Wie findest du denn die grünen Wände? Dann würdest du sagen, okay, warum sagt der Zweite das jetzt schon? Die haben sich bestimmt abgesprochen. Ich sage dir, spätestens beim Dritten, der auch kommt und sagt, ah, die grünen Wände sind mega cool, die Jasko gestern gestrichen hat. Würden die meisten Menschen sagen, okay, stimmt was mit mir nicht? Und das ist das Problem. Wir vertrauen uns selber nicht, wir vertrauen unserem Wissen nicht und glauben immer der Mehrheit. Aber das Problem ist, die Mehrheit, ist gar nicht böse gemeint, weiß es nicht besser, weil sie genauso irgendjemandem vertrauen. Und dann kommt es, wie gesagt, was du gesagt hast, dass viele dann, ja, halt nicht den einen Schritt mehr gehen, nicht in die schwierigen Situationen reingehen, wo man aber lernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du zu dem geworden bist und dort stehst, wo du jetzt stehst, weil du die schwierigen Situationen genommen hast. Vielleicht zu dem Zeitpunkt unweigerlich. Also, du musstest wahrscheinlich das nehmen, aber du hast sie genommen und das ist das, was dich jetzt ausmacht, warum du dort stehst mit einem Buch und nicht irgendwie gerade, ich sage jetzt nicht die Serie, weil jeder nennt das, aber irgendwelche Serien kommt. So, ne? Ja, also ich glaube, ich habe immer noch ganz viel Luft nach oben und ich glaube wirklich, diese Angst, die man, mit der man sich konfrontiert, ist da oft so viel Potenzial. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes YouTube-Video. Ich hatte so eine Angst. Ich habe mir eine Bauleuchte gekauft. Ich habe, ich habe mir alles Mögliche aufgestellt und ich wusste so, das Ding muss jetzt liefern, Flavio, weil du hast dein Produkt draußen, das läuft gerade nicht mehr so gut, also ging ein bisschen runter, weil Google gesagt hat, kein Bock. Klar. Ich hatte so eine Angst. Dann habe ich, dann habe ich die Rollos runter gemacht, habe geredet, dann habe ich, da waren die Lichter zu hell, habe ein Blatt drauf, dann sind die angebrannt, dann habe ich dann die nass gemacht und dann war ich in diesem winzigen Raum und mir wurde irgendwann schlecht von diesem ganzen Rauch da drin. Ich dachte, klar, ich muss abliefern. Und da war dieses 8-Stunden-Video, wo ich da rumgeeiert habe, habe ich am Ende, es waren 7, 8 Minuten, war das Video fertig und ich hatte Angst, es hochzuladen, weil ich mir dachte, was ist denn, wenn die Leute mich alle zerreißen, dann kennen die mich, dann lachen die mich in der Straße aus, sagen, was bist du für ein Opfer, ist keine Ahnung. Ich dachte mir, Flavio, das muss dir egal sein, das muss dir egal sein, lade das Ding jetzt hoch. Dann habe ich irgendwann das Ding hochgeladen und das haben die Leute gefeiert. Ich denke mir, krass, die feiern das, das gibt es ja gar nicht. Und dann mach weiter, mach weiter, aber du hast immer wieder Situationen, wo du Angst gehabt hast und wenn du die überwindest, sagst du, cool, also auch Gedanken tanken, sag ich, habe ich Angst gehabt, von Leuten zu sprechen und so weiter. Verstehe ich. Aber du musst durch diese Angst durch und sagen, hey, wenn diese Angst mich aber hindert, ist es doof. Wenn die Angst mich dann hilft, wenn ich die überwinde, besser zu werden, muss ich diese Angst konfrontieren. Ich sage immer, wird die Angst deiner Angst. Gib deiner Angst so viel Angst, dass sie erst gar nicht mehr kommt. Aber mega wichtig, was du gesagt hast, extrem. Ich habe eben gerade nur so gelacht, weil ich konnte mich gerade so in dich hineinversetzen. Mein erstes Live-Video auf Instagram. Ey, was habe ich vorher alles gemacht? Ich wollte ja, ich wollte ja so. Schraubsaugen. Ey, alles, was ich nicht mag, habe ich gemacht. Alles. So, Schatz, wo brauchst du noch Hilfe? Da hat sie selber gesagt, sag mal, willst du gerade live gehen oder was? Ich so, äh, Genau das. Genau das möchte ich. Und dann hat sie gesagt, ich mache hier alles, gehe jetzt endlich live. Mein Gott. Aber es ist echt krass. Deswegen, ich kann mich so hineinversetzen. Wahnsinn. Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, aber ich frage trotzdem mal. was glaubst du, warum haben Menschen immer gerade beim Thema Sport, beim Fitness, dieses, diese Situation, dass sie immer anfangs natürlich motiviert sind, man sieht auch, man weiß, man nimmt ja erstmal Wasser ab, so für die alle, die, ähm, sie gehen auf Toilette und haben schon zwei Kilo runter. Ähm, äh, warum ist die Motivation bei vielen immer so schnell weg wieder, obwohl man Fortschritte sieht? Also, ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die Leute denken, sie erzielen schnellere Erfolge. Das heißt, sie, sie haben eine falsche Wahrnehmung der Perspektive. Aber wenn ich sage, hey, du willst jetzt Nummer eins Podcast werden in den nächsten, in nächster Zeit, dann musst du realistisch sein. Du kannst zwar groß denken, dann musst du immer noch realistisch sein. Du musst sagen, hey, also ganz ehrlich, also wenn ich jetzt Nummer eins werden will, keine Ahnung, dann muss ich vielleicht ein besseres Studio holen als Beispiel oder ich muss meine Frequenz erhöhen, bah, 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 dann muss, dann muss ich erstmal ein bisschen Zeit, das braucht ja auch ein bisschen, dann muss ich mir bessere Gäste einladen oder wie auch immer. Dann hast du einen Pool an, an, an Dinge, die du machen musst und beim Thema, beim, das heißt, du musst realistisch bleiben. Beim Abnehmen, die Leute, die vergleichen das gerade nicht, mit ihrem Leben, würde ich sagen, also normalerweise, ganz ehrlich, wenn du studierst, brauchst du vier, fünf Jahre oder drei Jahre oder dreieinhalb. Beim Abnehmen sagen die, naja, also ich bin jetzt 20 Kilo mehr drauf, zehn Wochen, das muss langen, ne? Oder auch beim Geldverdienen, habe ich mal das Gefühl so, ja, jetzt eine Aktie kaufen und dann in zwei Jahren Highlife-Party. Genau. Ja, nee, kannst du vergessen. Einem Immobilie einfach mal kaufen für eineinhalb Millionen, ist ja nichts. Und danach muss ich nichts mehr machen, ne? Ja, locker. Und das ist das, was ich im Fitness erlebe, die Leute, die vergleichen das gar nicht mit dem normalen Leben, sondern denken, ach, ich muss ja nur ins Fitnessstudio gehen, dann nehme ich ab, habe eine coole Figur. Na, du kannst ins Fitnessstudio gehen, du wirst merken, du hast Muskelkater, aber die Figur ändert sich in der Küche. Das heißt, du merkst, du musst teilweise auch auf coole Sachen verzichten, wenn du mit Leuten essen gehst, musst du aber einen Salat essen und nicht den Burger. Und das ist das, was den Leuten dann keinen Spaß mehr macht. Egal in welcher Ebene, mit Leuten, die Millionäre sind, wenn ich zusammenarbeite, mit Leuten, die nichts haben, das ist immer das Gleiche. Das macht dann keinen Spaß, aber der Druck ist dann nicht hoch genug, zu sagen, ich bin jetzt bereit, mein Mindset zu changen. Und ich glaube, wenn du verstehst, dass der Benefit nicht nur die Körperveränderung ist, sondern du hast einfach mehr Power, dann ist es so viel wert. Also, ich merke zum Beispiel, nach der Arbeit, ab ins Training, ich komme ausgeglichen nach Hause, wenn die Kinder schlecht drauf sind, schreien oder irgendwas, hey, ich bin gut drauf. Wenn ich das nicht habe, dann drehen alle durch. Ich bin der Ruhepol, das ist nur ein Benefit. Haltung viel besser, die Leute merken, oh, da kommt jemand, der hat eine Haltung, unterbewusst, der hat anscheinend Selbstbewusstsein. Dann hast du eine Ausdauer, du ziehst die Dinge durch. Das hat so viele Benefits. Einer davon ist, eine bessere Figur zu haben. Der andere, die anderen 20, die, ich kenne so viele Sportler, die nur, weil sie Sport machen, auch andere Dinge durchgezogen haben. Die Disziplin, ich sage dir mal eine Sache, das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich immer wieder sage. Wenn du sagst, du willst jetzt zum Beispiel dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und du gehst nur einmal, was sagst du dir selber? Sagst dir, hey, ich bin ein Idiot, ich habe es mal gesagt, aber ich kriege es nicht hin. Genau. Wenn du aber zu deinem eigenen Wort stehst, das ist eine der mächtigsten Dinge, die es gibt, dann kriegst du für dich ein Commitment und sagst, cool, du hast es hingekriegt. Du machst so virtuelle Haken, findest du mega cool. Aber wenn du immer wieder merkst, dass du dir Dinge vornimmst und die nicht schaffst, dann nimmst du dich selber nicht mehr ernst. Das ist ja auch dann eine Art Training. Genau. Deswegen sage ich, ich muss zum Training gehen, nur um mir zu beweisen, dass ich zu meinem Wort stehe. Ja. Habe ich ja letztens ein Ding gepostet auf Instagram, entweder halt dein Wort oder halt dein Mund. Ja, genau. Stimmt. Wie viele Deutsche halten denn ihr Wort, egal bei was? Ja, ja, mach mal kein Problem, nächsten Montag hast du's. Ja, dann streng nicht an, dass es nächsten Montag da ist. Und genauso mit dem Sport. Streng nicht nochmal an, dass es soweit ist. Beweis doch mal, halt doch mal deinen Mund und beweist doch einfach mal, wie viele Leuten kannst du in deinem Umfeld vertrauen, dass was sie sagen, setzen sie auch wirklich um. Ja? Weißt du, was ich meine? Und dann kannst du schon so einen Unterschied machen, der schon so groß ist, weil die Leute sagen, dem Kerl kann ich vertrauen. Das fängt ja schon an, weil der zu einem Wort steht. Das fängt ja schon an bei, ich melde mich demnächst und dann können wir mal auf einen Kaffee gehen. Ja, mach mal. Kein Mensch meldet sich. Rufst ihn an, ja, das ist und das dazwischen gekommen. Ja. Ja, das ist wirklich. Selbst Obama hat es geschafft, regelmäßig zu trainieren. Jetzt willst du mir sagen, du hast keine Zeit. Richtig. Obama, der der busieste Man auf Erden geschafft hat. Der hat wirklich keine Zeit eigentlich. Regelmäßig zu trainieren. Und der weiß, wie scheiße wichtig es ist. Dann will mir irgendjemand erzählen, ich habe keine Zeit, weil ich zwei Kinder zu Hause habe. Ja, habe ich auch. Habe drei Firmen. Und, na, und Hü-Hot. Ja, trotzdem bewegt dich jetzt endlich mal. Ja. Der wichtigste Punkt ist meistens bei den meisten Leuten zwischen 20 und 24 Uhr. Da verplempern die ihre maximale Zeit. Ja. Serien, klotzen, was weiß ich. In den meisten Fällen irgendwas vor der Glotze. Da kannst du einen Unterschied machen bei dir. Bei dir, bei anderen. Gas geben. Ach, wie du siehst. Dafür haben sie Zeit. Ja. Ja, ich muss mich ja ausruhen. Hat einen anstrengenden Tag. Ja. Hat jeder. Geh mal nach China. Die arbeiten 14, 16 Stunden, 6, 7 Tage die Woche. Frag die mal, wann die sich ausruhen. Dann legen sie sich hin, schlafen, nächsten Tag geht es weiter. Ja. Wenn du was verändern willst im Leben anderer Menschen, ja, dann musst du Gas geben. Dann musst du dich bewegen. Du musst was tun. Du musst lernen. Immer wieder aufstehen. Ich habe das auch gehabt. Da habe ich gesagt, jetzt Leute reden über Erfolg. Ja, ich war das ganze Wochenende weg, ja. Ich habe weder was mit meiner Familie gemacht, noch sonst wie. Ich habe auch keine Ruhe im Pool gehabt. Ich habe einfach investiert. Das gehört dazu. Wenn du was bewegen willst auf der Erde, dann musst du auch in Bewegung kommen. Und das verstehen die meisten nicht. In 8 Stunden passiert nicht viel. Das stimmt. Crazy. Aber du, stimmt vollkommen. Genau sowas beobachte ich auch. Das ist gerade wirklich jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, ist es mir auch nochmal richtig schön gerade hier wieder reingekommen. Dieses etwas sagen und einfach sich nicht dran halten. Und genau was ich halt meine, das ist auch eine Art von Training, also leider aber negatives Training. Du trainierst deinen Körper darauf, dass du nichts einhalten kannst, was du dir selber vornimmst. und wenn du es schon selber nicht kannst, wie wirst du es denn anderen vermitteln? Klar. Das ist es nämlich. Ich glaube, nur wenn du das im Jahr 2020 schaffen solltest, zu deinem Wort zu stehen, dass andere merken, da wirst du bei den meisten Leuten so einen Boost hinkriegen. Überleg doch mal beim Job, wie viel Geld ich allein dieses Jahr für Experten ausgegeben habe, die gesagt haben, das kriegen wir hin. Die haben auch alle die überhaupt nicht gehalten. Was meinst du, was ich dann über, wenn Leute mich fragen, wie sind die, ja, was kann ich da sagen? Sag lieber gar nichts, liefer. Ja, aber sag du nicht, wir machen das und das und am Schluss lieferst du nicht. Steh zu deinem Wort. Lieber weniger raushauen, aber dazu stehen, als irgendwelche hohen Versprechen zu machen. Und das liefern, sich selber zu liefern, das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Und du siehst es bei Leuten, du siehst es in den Augen, du siehst im Verhalten, ob Leute sich selber abliefern oder nicht. Und da muss ich jetzt direkt ein großes Lob aussprechen, liebe Leute, guckt euch den wunderbaren Menschen an. Er hat gesagt, er macht einen Talk mit mir und hält sein Wort. Solche Leute brauchen wir. Mega geil. Danke nochmal. So, jetzt habe ich, okay, lass uns mal über noch was an. Eigentlich wollte ich jetzt noch was fragen, aber wie ich dir ja gesagt habe, ich habe keine Fragen vorbereitet, weil ich immer das schön im Talk selber raussuche. Dementsprechend kann ich auch eigentlich nichts vergessen, weil was ich nicht frage, frage ich halt nicht. Meine Frage an dich, wie sieht so ein Tag bei Flavio aus? Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt keinen Standardtag bei dir, aber nimm uns mal so in einen Tag bei dir rein. Was machst du? Stehst du morgens auf? Was machst du? Wie sieht dein Tag aus? Also normalerweise habe ich mir jetzt angewöhnt, das war auch sehr hartes Brot für mich, so 5.30 Uhr aufzustehen. Wenn man theoretisch bis halb neun schlafen kann oder halb acht, ist das immer schwierig, bewusst zu sagen, ich stehe früher auf. Ich stehe früh auf, lese Bibel, bete, plan meinen Tag, strukturiere und so weiter. Das ist mega wichtig, weil ich gemerkt habe, wenn du Angestellter bist, gehst du natürlich ins Büro, fragst den Chef, was soll ich machen? Ja, mach das, okay, alles klar. Wenn du Unternehmer bist, musst du proaktiv sein. Das heißt, du musst aktiv planen und so weiter. Das heißt, da bin ich fertig. Um 7.30 Uhr starte ich den Song Walkin' in Memphis, weck meine Familie auf, jeden Morgen das Gleiche. Schön. Ja, mach die fertig, mach die Launchbox für die Kinder und so weiter, bring die Kinder in den Kindergarten, mach einen Spaziergang, werd ready im Kopf und dann mache ich was Lustiges. Das hat mir geholfen, überhaupt mit Podcasts zu starten. Podcast Naturgewalt und ich habe mir gedacht, ich kriege das nicht hin, hier, setze mich hin, dann sind irgendwelche Lautstärken außen rum. Wie kann ich liefern? Und dann war irgendwann die Lösung so, alles klar, ich wäre in der Autofahrt von zu Hause ins Büro, 10, 12 Minuten, dort mache ich meinen Podcast. Und dann habe ich halt so das Handy, stecke das Ding rein und liefere halt dann zwei, dreimal die Woche so ein Podcast, was auf dem Herzen ist. Und ja, dann bin ich im Büro und dann wird der Tag natürlich durchgeplant und dann je nachdem, was wir machen, wir machen momentan ja auf Instagram viele so Fitnessbilder, Tipps, ganz einfache Grafiken dann oder YouTube-Videos oder wir planen Klamotten oder wir planen irgendwelche Austausche mit Leuten, Termine. Also so ungefähr abends ist dann dreimal die Woche Training, dann ehrenamtlich in der Kirche, in der Leitung noch mit Kirche bauen. Wow, schön. Ja und wenn es hinhaut, also dann versuche ich natürlich auch irgendwie dazwischen Zeit mit Frau und Kinder, deswegen ist es Wochenende meistens heilig, wir haben es ja probiert am Wochenende, ich sage, das ist schwierig. Alles, kein Problem. Deswegen versuche ich immer alles unter der Woche hinzubekommen, um Zeit am Wochenende in der Familie zu haben, weil es einfach eine sehr begrenzte Zeit ist und da versucht man alles unterzukriegen. Abends, ja kommt drauf an, entweder, wenn man noch Zeit für sich hat, entweder Zeit mit der Frau ab und zu eine Serie schauen, wobei da haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich habe letztes Jahr das Buch geschrieben und dann abends immer noch und dann bist du eigentlich nur am Wurschteln und legst sie ins Bett und tschau. Dann geht es am nächsten Tag wieder los, aber es macht Spaß, weil du weißt, warum du es machst. Sehr cool und ich glaube solche, wie man sieht, auch das ist mega Arbeit. Du hast jetzt gesagt, Instagram-Videos und Fotos, viele glauben dann, ach der Flavio, der hat ja wirklich so ein, wie ich es mal so sage, hier in Norddeutschland, ein Chillerleben, der macht das ja, ein paar Videos, ein paar Fotos. Ich selber, liebe Leute, kann euch garantieren, diese paar Videos und ein paar Fotos, das ist Arbeit. Das ist nicht einfach, ich nehme mal jetzt mein iPhone und mache mal zwei Fotos und bin glücklich. Da steckt richtig Arbeit in der Wald. Ich glaube, du machst das ja auch nach einem Plan. Da muss man sich überlegen, welcher Text dazu, wie soll die Umgebung, das muss ja alles passen. Aber man sieht, es bringt dir mega Spaß und das ist doch das, was eigentlich Menschen erreichen sollen, finde ich im Leben. Die sollen einen Job haben und ich bin nicht der Freund, der sagt, du musst selbstständiger sein oder du musst Unternehmer sein. No way. Du musst etwas tun, was dir Spaß macht und wenn dir der normale Job Spaß macht, dann mach es. Ja? Hör auf, dir von irgendwelchen Möchtegern, Instagram-Coaches zu erzählen, du musst selbstständiger sein. Nein. No way. Mach aber, was dir Spaß macht. Das kann auch nicht jeder. Du musst so breit aufgestellt sein, um die ganzen Themen zu verstehen und dich damit zu beschäftigen und auch stressresistent, wenn Finanzen mal nicht stimmen und so weiter. Also das ist auch eine Charaktersache, wo man sagt, da habe ich Bock drauf. Das ist genauso cool, wenn Leute einfach sagen, ey, ich bin angestellt und mir macht es total Spaß, hier aufzugehen und so weiter. Also das halte ich auch, wenn Leute sagen, du brauchst nicht studieren oder keine Ausbildung, sage ich, das ist totaler Quatsch. Ich habe damals als Biologie-Laborant gearbeitet und ich war in schlechten Strukturen. Das bereue ich, weil ich einfach keinen hatte, der mich früher hart herangenommen hat. Und ich glaube, ich wäre ganz woanders gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, bumm, was auf hier, so und so. Mein Bruder ist Koch zum Beispiel, im besten Lokalen gearbeitet, hier im Umland. Der wurde richtig gedrillt in seiner Ausbildung. Da sage ich, das brauchen junge Leute, die müssen gedrillt werden, sonst kriegen sie ein Arschbetter nicht hoch, wenn es mal sein muss. Deswegen ist es eigentlich wichtig, gute Ausbildung, wirklich eine harte Ausbildung, auch ein gutes Studium, wenn die Möglichkeit besteht. Da lernt man die Basics. Wie willst du, wenn du keine Ahnung hast, mit 25 sagen, ich mache mich selbstständig. Das war bei mir mega schwierig, weil mir die ganzen Basics gefehlt haben. Aber auch da, liebe Leute, sucht euch bitte dann schon ein Studiumfach, wo ihr drauf Bock habt. Klar. Viele studieren BWL. Warum? Weil es alle machen. Und warum hast du dann abgebrochen? Ja, ich hatte keine Lust mehr. Ja. Merkst du was? Das ist doch logisch. Also, sehe ich genauso wie du, Flavio. Krass. Zeig nochmal bitte dein Buch einmal ein bisschen näher in die Kamera, damit die Leute auch mal sehen. Also, das heißt ja All-In. Genau. Von Flavio. Leute, schaut euch das. Ja? Erzähl ruhig. Einen wichtigsten Punkte ist, wir haben so ein House of Passion gemacht, heißt es. Und was mir immer schwer gefallen ist, ist den richtigen Blickwinkel zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dadurch, dass man so viele Möglichkeiten heutzutage hat. Früher war man ja eher, mache ich es immer ganz einfach, Bauer, Bäcker, Metzger, irgendwas. Das macht man dann. Und heutzutage kannst du alles und nichts machen. Und ich habe da so ein House of Passion gemacht und da geht es darum, hier habe ich es, unterschiedliche Perspektiven einzugehen. So diese ganzen Perspektiven mal anzuschauen. Hier oben, was fällt mir leicht? Was ist mir wichtig? Da habe ich verschiedene Stockwerke gemacht, dass man unterschiedliche Blickwinkel sieht. Zum Beispiel am Ende des Lebens, was sollte da passiert sein? Da geht es dann gar nicht mehr so sehr um Geld. Oft geht es um Beziehungen. Welche Menschen sind mir wichtig? Mit wem möchte ich genug Zeit verbringen? Dann hast du auch über die Blickwinkel jetzt. Was kann ich gut? Was ist mir jetzt wichtig? Und dann versuchen, die Sachen zu verheiraten. Mega geil. Und das natürlich dann, da haben wir hier so Wände gemacht. Das eine heißt dann stabile Wand, Umfeld. Umfeld, weißt du selber, ist mega wichtig. Prägt dich einfach auch. Ja, es prägt dich ultimativ. Wenn ich Leute reden höre, weiß ich auch, wie ihr Umfeld ist. Ja, exakt. Leidenschaft, Mut ist so die Wand. Ganz oben ist das Dach, besteht aus Geduld beispielsweise. Oh ja. Das ist ja auch so richtig und so nervig. Das ist ja auch so richtig und so nervig. Ja. Genau. Und ja, das sind sehr herausfordernde Punkte. Eins meiner größten Schwierigkeiten, auch für euch draußen am Anfang. Ich bin der ungeduldigste Mensch, glaube ich, auf diesem Planeten. Und ich habe damit so zu kämpfen gehabt, das zu üben. Aber das Gute an der Sache ist, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, auch das ist reines mentales Training. Definitiv, klar. Und die Annahme der richtigen Perspektive. Richtig, perfekt. Dass es Michael Jordan der beste Basketballer der Welt wurde, bis vor kurzem, liegt natürlich auch daran, dass der die Geduld hatte, die Perspektive zu sehen. Wenn ich natürlich jetzt der Beste in einer Sache sein will, kannst du davon ausgehen, rechne mal mit 10, 15 Jahren. Und dann fangen die meisten an, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann sieht man auch, ob du Bock hast auf die Sache oder nicht. Richtig. Bist du bereit, 10, 15 Jahre zu investieren? Überleg mal, wenn du olympischer Spieler bist, dann bereitest du dich, dann musst du erstmal der Beste in dem Land sein und dann bereitest du dich vier Jahre auf diese Sportart vorn. Stell dir mal vor, du machst 100 Meter Sprint. Vier Jahre für 10 Sekunden. Wie krank ist das denn? Wenn du gut bist, 10 Sekunden. Wenn du zu den Besten gehörst. Du musst ja zu den Besten gehören, dass du überhaupt von deinem Land aufgenommen wirst. 10 Sekunden und dann überleg mal, welcher Europäer schafft da überhaupt in die Top Ten. Niemand. Und da gehörst du zu den Besten. Bist du bereit, diesen Kampf zu kämpfen? Egal wo. Du hast so harte Konkurrenz, aber wenn du dein Ding machst, dafür brenne ich. Ist mir doch scheißegal. Ich will mein Bestes geben. Ich sehe die langfristige Perspektive. Es gibt immer noch, ich habe letztens einen kennengelernt, der hat dann auch irgendwie so was, E-Books auf Amazon rausgehauen. Und ich glaube, 80 Stück in eineinhalb Jahren sind mir verrückt. Ich meine, der Erfolg kommt, weil die meisten mittendrin aufhören, weil die keinen Bock haben. Ich habe es einfach klar durchgeknallt, wo die meisten schon weg sind. Und da lernst du dann auch. Du musst es erst mal richtig lernen, diese Tiefe hinkriegen. Die Breite hinkriegen ist nicht schwer, aber die Tiefe, die Wurzeln graben. Wie beim Bambusbaum, die ersten paar Jahre richtig tiefe Wurzeln machen, dass ich überhaupt in die Höhe kann. Wie beim Hochhaus, erst das Fundament, den nach oben kann. Klar. Und das ist das, was Menschen vergessen zu planen. Die planen immer nur, wo wollen sie hin, was in ihrer Vision, aber die gucken nie drauf, wo sie eigentlich gerade sind und wie tief sie runtergraben müssen, um die Höhe zu bekommen. Und das ist das, was den Menschen fehlt. Aber auch das wieder, lieber Flavio, schau dir Instagram an. Jeder dritte Post ist irgendein 18, 19, 20-Jähriger mit sieben Lamborghinis, einer Rolex und ich habe es geschafft. Keiner, kein einziger gehört ihm. Genau. Ich sage, wenn es wirklich jemand so ein Brain hat und es schafft, ich sage, hol dir das. Mein Gott, wenn du wirklich das geschafft hast, hol dir das. Aber zeig doch den Menschen, wie es geht. Zeig nicht nur die Uhr, sondern zeig doch, wie es geht. Darum geht es. Aber da sind die dann wieder zu stolz, weil es könnte ja jemand anders das auch schaffen. Ist doch geil, wenn es alle schaffen. Wie geil ist dann die Welt? Ja. Flavio, am Ende vielleicht nochmal eine wichtige Frage, die ich jedem stelle, weil ich gucke gerade wieder auf die Uhr, es ist, die Zeit rennt. Ich glaube, der Tor geht das nächste Mal nochmal weiter. Was sind so deine drei Erfolgstipps, die du uns mitgeben kannst, die dich im Leben begleitet haben, wo du sagst, durch das bin ich zu dem geworden. Also einen, glaube ich, habe ich jetzt schon sehr gut rausgehört, Durchhaltevermögen. Den ersten hast du wahrscheinlich auch schon rausgehört. Das war ja aufgrund meiner Lebensgeschichte, das hat Danzel Washington auch mal ganz cool gesagt, God first. Also das ist auch einer meiner Prinzipien, dass ich Gott an alle Stelle, auf den ersten Platz nehmen will und ich glaube, das ist einer der Punkte, die mich auch zu dem gemacht haben, der ich bin. Und ich meine, an sich haben wir diese drei schon gehabt, steht so im Wort. Ja, God first und was war der letzte nochmal? Durchhaltvermögen wahrscheinlich. Durchhalten. Und auch einer Demut, ja, wie viele Leute haben denn wirklich Demut, die wollen lieber zeigen, was sie tolles drauf haben, statt zu sagen, hey, einfach mal dankbar sein, einfach mal sagen, hey, ich muss doch nicht der Erste hier sein, ich kann doch auch einfach mal andere vorlassen, ja. Mega. Das ist ja das, was wir an Menschen schätzen. Ich habe letztens ein Video gesehen, das fand ich auch mega cool, das war in Amerika vor Gericht und da hat irgendwie eine Polizistin den Bruder anscheinend erschossen und dann hat er, die war natürlich sowieso fix und fertig und dann war der oben und hat gesagt, ey, ich möchte die einfach vergeben. Wie schaut es aus? Und dann war die natürlich total perplex und dann ist die unten umarmt und zum Beispiel, was ist denn das für ein Move? Vergeben, Demut, das sind so Sachen, die sind total unattraktiv, ja, in der heutigen Welt, aber das sind die Sachen, die, wo die meisten Leute sich danach sehnen, ja, Vergebung nicht, vergeb doch nicht, die hat mir auch angefangen, die hat auch angefangen. So sage ich, ich mache den ersten Move. Und, ja, das ist so, ich glaube, ich glaube, wir brauchen mehr als je zuvor diese Eigenschaften, die, finde ich, ein bisschen verloren gegangen sind, die so unsere Opas noch hatten, so Opas und Omas, die irgendwie auf dem Weg dahin verloren gegangen sind. Weißt du, Ehrlichkeit, Extrem verloren gegangen sind. Demut, ja, sowas, langfristiger Weg, so, ey, wenn dein Opa Bauer war, der kann sich nicht sagen, ich habe jetzt eine neue Methode, wie die Kartoffel jetzt in zwei Wochen wächst. Der weiß, die Kartoffel wächst halt, wenn die Kartoffel wächst, das braucht seine Zeit, seine Zyklen. Und dann kommt der junge Kerl, der sagt, ey, ich habe da eine Idee, wie hot. Manches braucht einfach seine Zeit, das ist bei allem so. Und ich habe, ich habe leider, vor allem im Fitnessbereich, viele YouTube-Kollegen gesehen, die, die sind so steil nach oben gegangen und ihr Charakter hat alles kaputt gemacht, weil die, weil die zeigen wollten, wie krass sie sind. Aber die Leute vergessen, am Schluss geht es doch auch um, was habe ich hinterlassen? So, wenn ich sterben sollte, mich juckt es jetzt nicht, wie viele Leute im Friedhof sind, aber mein Wunsch ist, egal ob mein Name auftaucht oder nicht, dass ich Menschen mit beeinflusst habe. Und das ist doch entscheidend. Und da muss ich auch überlegen, nicht, was liefere ich jetzt in den ersten zwei, drei Jahren, sondern ich habe meine Perspektive, was soll ich 80. Geburtstag, was soll da passiert sein? Da muss ich manchmal mich auch zurückhalten und sagen, manche Sachen mache ich einfach nicht, weil das meinen Ruf dann schädigt und dadurch die Leute vielleicht, ja, meine Geschichte nicht mehr so ernst nehmen. Und das dauert also Punkt, die Leute wollen einfach nur performen heutzutage, viel Kohle in der Tasche haben und zeigen, was sie ein tolles Leben haben. Und das führt schlussendlich in die Sackgasse rein. Deswegen bin ich am Schluss, um mir das Rat hinzuzumachen, froh, dass ich von 17 bis 24 mich so oft im Kreis getreten habe. und gelernt habe. Ja. Krass. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Schlusswort, weil genau das wollte ich eigentlich auch in diesem Talk sagen. Man lernt halt aus den Sachen, die man vorher gemacht hat. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, viele sagen ja, oh mein Gott, früher war ich so schlimm, jetzt bin ich anders. Da sage ich immer, akzeptiere doch einfach dein altes Ich. Ja. Sag doch nicht, du warst schlimm, du wusstest es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Du hast viel daraus gelernt und mach es doch jetzt einfach besser. Oder anders. Was heißt besser? Besser ist relativ. Was ist besser? Mach es anders, so dass du dich wohlfühlst und sagen kannst, das war mein altes Ich, jetzt bin ich so und ich bin froh, diesen Fortschritt gemacht zu haben. Das kann ich Menschen dann zeigen. Und das ist doch eigentlich genau das, was man den Menschen zeigen sollte. Genauso wie mit unserem Talk. Wir haben beide viele Erfahrungen gesammelt. Wir konnten einen richtig coolen Einblick in dein Leben bekommen. Ich sage dir wirklich zu 100 Prozent, hier ist so viel wichtiger Content auch für die Leute wieder drin. Deswegen erst mal von ganzem Herzen vielen Dank, Flavio, auch dass du dich so geöffnet hast, dass du ehrlich warst. Ich glaube, du hast sehr, sehr viele Herzen noch mal dazu gewonnen jetzt, weil Menschen lieben Menschen, die offen und ehrlich sind, die nicht irgendwas spielen oder irgendwelche Floskeln nennen. Bei dir war es richtig deep, deswegen habe ich am Anfang auch gar keine Fragen gestellt, weil ich selber so fasziniert war. Und ja, vom ganzen Herzen vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir werden einfach mal deine Homepage, dein Instagram-Account, Facebook und einen Link zu deinem Buch werde ich einfach unten in die Shownotes einblenden, weil ich persönlich glaube, man braucht dieses Buch so von der Geschichte, die du erzählt hast und was du uns so ein bisschen gezeigt hast. Ich glaube, das braucht jeder Mensch einfach für sich selber ein bisschen zu planen. Ich werde mir auch das Buch holen, dann schicke ich es zu dir und du signierst es mir. Schick es irgendwie an dein Office und dann kriegen wir es zurück. Sehr gut. So machen wir das. Und liebe Zuschauer, ihr habt gesehen, das war der Flavio, ein unglaublich genialer Mensch. Ich vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte. Wir beide haben uns ja bei The One Idea von Taddeus Koroma kennengelernt. Super offener Mensch. Ist gleich mit mir ins Gespräch gekommen. Sehr herzlich. Wir haben auch ein geiles Foto zusammen gemacht. Das muss ich jetzt einmal gleich zeigen. Das zeige ich noch mal in die Gruppe. Oder in den Talk. Warte, warte, warte. Ich habe das sofort. und so ist es dann entstanden, dass ich ihn gefragt habe, ob er Lust hätte auf einen Talk. Und ein Mann, ein Wort, er hält sich dann und das war unser erstes Foto. Stimmt. Da sieht man, wie austrainiert der Mann ist. Und ich bin super froh, dich in der Talk of the Week Familie gehabt zu haben. Super geil. Und ja. Liebe Zuschauer, denkt immer dran, alles immer wieder sage ich es euch. Ihr müsst jetzt nicht den Talk anschauen und dann alles mögliche rausschreiben, was für euch neu ist. Es reicht manchmal einfach, eine Sache aufzuschreiben, die aber dann umzusetzen. Darum geht es. Wie sagt ein Coach von mir, den kennst du auch, wo wir bei The One Idea waren, Konstanz über Brillanz. Lieber konstant eine Sache machen, anstatt einmal zu brillieren und wieder runter zu segeln. So ist es. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Folgt diesem Mann, ganz, ganz wichtig. Er macht sehr, sehr coole Posts auf Instagram und wir sehen uns dann demnächst wieder zu einem neuen Talk of the Week. Lieber Flavio, noch bevor ich jetzt das beende, ich gebe immer meinen Talkgästen nochmal am Ende eine kurze Zeit. Möchtest du noch etwas loswerden? Möchtest du jemanden grüßen? Möchtest du was zum Talk sagen? Wie würde Uri Geller sagen, the stage is yours. Ja, ich würde es so enden, dass ich sage, lebe dein bestes Leben, indem du anderen Menschen hilfst und in Zentrum stellst und dann wird der Rest kommen. Mega. Damit beenden wir diesen Talk. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Hi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Talk of the Week zu schauen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe jedoch drei Bitten an. Die erste Bitte ist, schreibe dir zwei bis drei Learnings auf, die du aus diesen Videos nehmen konntest und die du direkt jetzt in deinem Leben implementieren wirst. Denn nur durch die Umsetzung entwickelst du dich weiter. Die zweite Bitte ist, kommentiere dieses Video und schreibe in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat. Die dritte und letzte Bitte ist etwas für mich Persönliches. Abonniere bitte diesen Kanal, um damit immer up to date zu sein, wenn neue Videos rauskommen, um deiner persönlichen Weiterentwicklung keine Steine mehr entlegen zu nehmen. Ich freue mich, wenn du das nächste Video dir auch anschaust und ich freue mich auch, mit dir in Kommunikation zu treten. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Entwicklung. Dein Jasko Deinorferenz Leben Deinorferenz Deinorferenz